Moin, sehr cool, dass du da bist. Cool, dass du auf meine Website gekommen bist. Mega, dass du zu den Leuten gehörst, die wirklich mehr aus dem Leben holen wollen. Und wie können wir da am besten starten als mit Instagram, Social Media. Ich meine 2018, 2019 war krass, 2020 sind wir gerade dabei und es wird immer, immer mehr. Es wird immer größer, es ist immer mehr Potenzial da und ich meine über eine Milliarde Nutzer, krass, jetzt hier auf Instagram. Und ich möchte mit dir, wenn ich darf, gleich mal ein Experiment starten. Und zwar stelle ich dir die Frage, was würde es für dich bedeuten, wenn du mehr Reichweite hast auf Instagram? Du könntest mehr Leuten helfen, du könntest mit mehr Leuten deine Leidenschaft teilen, du könntest mehr Kunden gewinnen. Und natürlich, du kannst auch viel mehr Geld verdienen. Und genau darum soll es auch hier gehen, wie kannst du mit Instagram Geld verdienen. Denn dein Smartphone ist wirklich eine Geldmaschine, theoretisch. Du kannst aus deinem Smartphone wirklich Geld rausholen, es ist kein Mühe, das ist nein, es funktioniert wirklich. Und unabhängig davon, ob du jetzt hier dabei bist, ob du mit mir zusammenarbeiten möchtest oder nicht, nutze deine Chance mit Instagram aufzubauen. Du kannst einfach ja kein Geld verdienen, da bin ich zu 1000% überzeugt von, dafür würde ich meine Hand ins Feuer legen. Ich meine, von zu Hause aus mit dem Smartphone nebenbei, geiler geht es doch gar nicht. Und warum ist das so einfach? Ganz einfach, du brauchst keine Vorkenntnisse. Du musst nicht irgendwas wissen, du brauchst kein Marketinggenie sein, was auch immer. Alles, was du wissen musst, lernst du bei mir. Und dieses Wissen ist wirklich verdammt nochmal wertvoll. Zweitens, du brauchst kein eigenes Produkt. Du kannst mit anderen Produkten Geld verdienen. Das heißt, du kannst sofort starten. Du brauchst dir nicht die Mühe machen, erstmal ein eigenes Produkt zu entwerfen, da Geld reinzustecken, was auch immer. Du kannst sofort starten und drittens, mal ganz ehrlich, fällt dir eine Möglichkeit ein, wie du einfacher Geld verdienen kannst. Fällt dir irgendwas ein, wie du einfacher als von zu Hause aus mit dem Smartphone, ohne eigenes Produkt, ohne Webseite, nur mit Instagram Geld verdienen kannst? Mir fällt nichts ein, wenn dir was einfällt, schreibt mir gerne. Und hier blende ich dir einfach mal ein paar Bilder ein von meinen Kunden, von meinen Teampartnern, dass du einfach siehst, hey, das funktioniert verdammt nochmal wirklich. Also ich bin niemand, der einfach nur Quatsch, nein, du siehst hier, es geht. Okay, und warum sollte es auch nicht gehen? Ganz lustige Story, das Bild ganz links ist von einem 14-Jährigen, der mir nach zwei Tagen dieses Bild geschickt hat. 14 Jahre, verdient Online-Geld, geiler geht es nicht, das freut mich. Und falls du dich fragst, hey, wie kommt der Typ, der jetzt gerade mit mir Quatsch dazu, sich ein Online-Business aufzubauen? Ganz einfach, ich bin Student, 19 Jahre alt und die Frage, die ich mir gestellt habe, war, okay, wie kommst du an Geld ran? Und die erste Möglichkeit ist ganz einfach, was die meisten wahrscheinlich machen würden, arbeiten gehen. Schuften gehen, den Boden putzen, was auch immer und sich abrackern und keine Zeit mehr haben für die wichtigen Dinge im Leben. Und da habe ich mir gesagt, nee, da habe ich keinen Bock drauf, also mach es lieber smart. Und das Internet gibt uns heute einfach die Chance. Und ganz ehrlich, jeder, der das nicht nutzt, verpasst irgendwas. Oder verpasst nicht irgendwas, verpasst ganz schön was, besser gesagt. Und deswegen habe ich mich entschieden, hey, ich bohre das im Internet auf. Und die Frage ist auch, die du dir stellen musst, wo möchte ich im Leben hin? Möchte ich mein Leben lang das Gleiche machen? Möchte ich mein Leben lang in der Komfortzone bleiben und wirklich im Hamsterrad gefangen sein? Jeden Tag für den Chef arbeiten, jeden Tag für den Chef arbeiten, der mich eh nur anschnauzt. Jeden Tag das Gleiche machen und nicht für meine Ziele arbeiten, sondern immer für die Ziele jemand anderem. Und genau für diese Leute habe ich dieses Projekt ins Leben gerufen, den Instagram Boost, mit dem du durchstarten kannst, mit dem du auf Instagram Reichweite aufbauen kannst und natürlich auch Geld verdienen kannst. Und unten rechts auf deinem Bildschirm siehst du meine Einnahmen, du siehst, ich bin kein Millionär, ich bin kein Milliardär. Aber was viel, viel wichtiger ist, ich habe bis Oktober oder bis November, er gesagt, habe ich nicht wirklich etwas verdient, es liegt gar nicht. Und dann auf einmal hat es Klick gemacht und ich habe verstanden, okay, so funktioniert es, ich habe mir Strategien rausgesucht, Tipps rausgesucht, viel bekommen. Von anderen großen Instagrammern, von anderen Leuten, die ihren Instagram monetarisiert haben und die damit viel Geld verdient haben und auf einmal macht es Boom und es läuft. Und das ist das Geile und genau diese Strategien, die ich dort angewendet habe, die werde ich dir auch geben. Und warum ich mir jetzt so 110% sicher bin, dass du das auch schaffst, weil du motiviert bist. Du brauchst zwei Sachen, einmal ist Motivation und das zweite ist Wissen. Und ich weiß, dass du motiviert bist, weil sonst wärst du nicht mehr hier. Und ich möchte dir eine wichtige Sache sagen und zwar, wir arbeiten im Team. Es ist nicht so, dass du einfach nur einen Kurs bekommst, nein, wir arbeiten im Team. Was ich damit meine, da werde ich gleich nochmal drauf eingehen, aber du gehörst auf jeden Fall zu den Menschen, die aus ihrem Leben etwas verbessern wollen, die mehr wollen im Leben und die nicht in ihrer Komfortzone bleiben möchten. Denn das kann jeder, damit wirst du nicht weiterkommen und das ist für alle die Leute gemacht, die Bock haben und die motiviert sind und genau das bist du. Denn ich denke mal, genauso wie ich hast du auch Ziele im Leben und du bist auch niemand, der nach drei Tagen schon wieder aufgibt. Genau solche Leute suche ich, denn mit diesen Leuten hat es bis jetzt immer funktioniert. Mit diesen Leuten funktioniert es einfach, weil sie motiviert sind und das umsetzen, was ich ihnen sage und das freut mich einfach. Die zweite Sache ist, die du brauchst und das bekommst du hier, genau das ist Wissen. Und Wissen, daran scheitern leider die meisten. Viele haben Motivation, wissen aber nicht genau, wie es geht und scheitern dann leider viel zu früh. Das heißt, sie machen vieles richtig, aber auch vieles dann wiederum nicht richtig und deswegen läuft es einfach nicht und deswegen ist Wissen einfach so verdammt wichtig. Und genau deswegen habe ich mir gesagt, bekommst du hier im Instagram Boost meine Strategien. Eins zu eins, alles das, was ich weiß, bekommst du auch. Genau die Strategien, die ich angewendet habe, um von wirklich 0 auf 3000 zu kommen fast, bekommst du. Ich habe für dich ein Schnellstartsystem, das du sofort starten kannst mit dem Geldverdienen, denn ich denke mal, auch du wirst natürlich nicht monatelang warten wollen, bis du deine erste Provision verdienst. Und wie du hier siehst, genau deswegen, es ist einfach nicht nur ein Kurs, du darfst das hier nicht als Kurs verstehen, sondern als ein gesamtes Coaching. Wir arbeiten zusammen und du bekommst meine persönliche Unterstützung. Du bekommst meine WhatsApp-Nummer, du kommst in unsere exklusive Gruppe und du kannst mit mir telefonieren und auch schreiben. Das hat für dich den Vorteil, das heißt, wenn es mal nicht läuft, gucke ich über dein Profil, wir setzen uns zusammen, setzen uns hin und schauen, wo das Problem ist und finden eine Lösung. Denn ich weiß, wenn die Leute das umsetzen, dann wird es verdammt auch nochmal funktionieren. Und deswegen, wir beide sind nicht einfach irgendwelche Kunden und Verkäufer, nein, wir beide sind Partner, wir arbeiten zusammen. Denn nur so kann ich deinen Erfolg wirklich pushen, nur so kannst du deinen Erfolg maximieren. Denn aus der Erfahrung zeigt sich, dass ein Kurs alleine nichts bringt. Denn was machst du, wenn du Fragen hast, was machst du, wenn du nicht weiterkommst, was machst du, wenn es mal nicht läuft. Bei einem normalen Kurs hast du keinen Ansprechpartner. Hier bekommst du mich und das gesamte Team, du kannst jeden fragen, du bekommst immer Unterstützung. Das hat für dich den Vorteil, du wirst einfach niemals alleine sein. Du hast immer jemanden sozusagen, der für dich da ist, der auf dich aufpasst, der dich an die Hand nimmt und der dich wieder zum Erfolg führt, wenn es mal gerade nicht so gut laufen sollte. Und viele fragen mich immer, hey, funktioniert das denn wirklich? Und ich kann dir immer nur sagen, ob das funktioniert, liegt vollkommen an dir. Wie du hier siehst, mein Team und ich, wir verdienen damit wirklich Geld und es funktioniert. Und die Strategien gehen super ab. Hast du hoffentlich auf dem Screenshot gesehen, wo ich auf einmal 3600 Euro verdient habe. Es funktioniert auf jeden Fall. Die Sache ist nur, bist du wirklich motiviert? Hast du wirklich Bock, das umzusetzen? Und wenn mir jemand ein bisschen sagt, hey, ich habe wirklich Bock, ich will das durchziehen. Warum soll das bei uns funktionieren, aber bei dir nicht? Was können wir, was du nicht kannst? Wie gesagt, kurze Story, ich habe einen 14-Jährigen im Team und der verdient damit auch gutes Geld. Deswegen, hey, was können wir, was du nicht kannst? Mehr als umsetzen musst du nicht. Mehr ist es nicht und genau das ist das Geile. Und ich möchte dir noch eine Sache sagen. Und zwar, mein Motto, dein Erfolg ist mein Erfolg. Ich bin ganz alt zu dir. Natürlich freue ich mich auch darüber, wenn Leute zu mir kommen und sagen, hey, es funktioniert, es geht ab. Es macht super Spaß, es funktioniert alles. Weil das zeigt mir, dass diese Strategien wirklich funktionieren. Und ich freue mich einfach, wenn wir zusammenarbeiten. Denn wenn ich schon so viel Zeit, Energie und Wissen investiere, dann mache ich das gerne mit motivierten Leuten. Weil dann weiß ich, okay, da kommen wir wirklich zu einem Ziel. Da kommen wir wirklich zum Erfolg. Und das macht mich einfach immer wieder stolz. Denn genau dann sehe ich, hey, bam, es funktioniert, geil, es läuft. Und das ist das Coole. Und deswegen freue ich mich auch immer, wenn hier motivierte Leute reinkommen. Denn wenn wir das umsetzen, dann perfekt. Und genau deswegen bin ich auf der Suche nach langfristigen Partnern. Das heißt, ich möchte keine Leute hier drin haben, die nach drei Tagen schon wieder aufgeben. Sondern Leute, die sagen, hey, ich ziehe das wirklich durch. Denn genau dann passiert eine Sache. Denn wenn ich dir wirklich beibringe, wie du damit Geld verdienst, wie du damit wirklich Reichweite aufbauen kannst, wie es wirklich funktioniert, dann entsteht eine Win-Win-Situation. Und da bin ich auch ganz ehrlich zu dir. Hey, mein Ruf verbessert sich. Oder mein Ruf wird gut. Mein Ruf, ja, verbessert sich, wird immer besser. Und die Leute sehen, dass es wirklich bei mir funktioniert. Und du verdienst damit Geld. Und hey, wenn du zufrieden bist und meinen Kurs weiter empfehlen möchtest, freue ich mich darüber natürlich auch. Und genau deswegen investiere ich da so viel Wissen, Zeit und Arbeit. Weil ich möchte, dass es meine Affiliates wirklich schaffen. Denn davon profitiere ich. Davon profitierst du. Und genau da ist diese Win-Win-Situation. Und so kommen wir alle zu unserem Ziel. So kommen wir alle an die Spitze. Wenn wir gemeinsam arbeiten und diese Win-Win-Situation wirklich nutzen. Und ich dich wirklich ausbilde. Denn wenn du es schaffst und wenn du Geld verdienst, dann verdiene ich damit auch Geld. Die Leute sehen, dass es bei mir wirklich funktioniert. Wovon ich zu 1000% überzeugt bin. Denn bis jetzt, immer wenn die Leute motiviert waren, dann hat es funktioniert. Und genau deswegen arbeite ich langfristig mit dir zusammen. Wenn du dabei bist, da freue ich mich natürlich drauf. Wir beide machen das. Wir beide schaffen das. Wieso sollten wir es auch nicht schaffen? Hey, wenn es nicht läuft, wie gesagt, du kannst dich immer bei mir melden. Du hast meine private Nummer. In der Gruppe ist es so viel Aushausch. Teilweise so viele Nachrichten. Manchmal stehe ich morgens auf. Und ich sehe schon wieder 30, 40 Nachrichten geschrieben. Es macht super Spaß. Du kannst mir Fragen stellen. Du wirst niemals alleine gelassen. Und warum sollte es dann nicht funktionieren? Ich hoffe, dass dir diese Mini-Präsentation gefallen hat. Wenn du noch Fragen hast, was auch immer, melde dich einfach bei mir bei Instagram, wenn du noch was zum Kurs wissen möchtest. Oder wenn du noch Fragen hast, bedenken, was auch immer. Du kannst dich immer bei mir melden. Ich freue mich über jede Nachricht. Jede Nachricht wird persönlich beantwortet. Also kein Bot oder sowas. Nein, ich freue mich. Und wir sehen uns im Kurs. Hoffentlich. Falls nicht, schreib mir eine Nachricht auf Instagram. Und dann hören wir voneinander. Und ich wünsche dir noch einen erfolgreichen Tag. Ich wünsche uns eine erfolgreiche Zusammenarbeit. Und dann machen wir das. Ciao. 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 Ciao.